Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Heute gibt es dann wieder ein neues Set, das wir uns gleich angucken werden. Und es kommt ja heute auch das neue Update raus. Ich glaube, eine neue Waffe ist tatsächlich nicht geleakt. Zur Zeit ist das eher so, glaube ich, dass die versuchen, gerade wo Fortnite nicht ganz so im Hype ist, nicht ganz viele Waffen reinzubringen. Vielleicht werden ein paar Waffen rausgenommen, alte kommen vielleicht wieder zurück. Da müssen wir uns aber überraschen lassen. Und jetzt schauen wir uns mal den Items Shop an. Wir haben heute den Nickerchen Skin mit einem Stern als Kopf. Sieht tatsächlich ziemlich, ziemlich cool aus. Ist etwas ganz, ganz Besonderes. Also das gab es in dieser Form noch nie. Auch mit der blauen Variante, die eben halt, also einfach so ein Kuscheldecker einfach drumherum. Sieht wirklich verdammt cool aus. Denn hier, weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Achso, genau. Einer mit lilanen Unterringen, einer mit blauen Unterringen. Ja, und Teile des traumhaften Tagessets. Ich glaube, dass dieser Skin tatsächlich eine ziemlich große Bedeutung auf Fortnite in den nächsten Tagen haben kann. Wenn da, äh, gestern ein Twitter-Post kam, den werde ich euch ganz kurz zeigen, dann seht ihr hier. Reach for the Stars. Ähm, und das war eben halt zum Update morgen. Also gestern haben sie es geschrieben zum Update heute. Ähm, und der Titel war eben halt Reach for the Stars. Das heißt, greif nach den Sternen. Ähm, wenn wir heute eh mal zufälligerweise auch ein Stern-Skin, äh, drin haben. Vielleicht wird das etwas mit dem, ähm, Raketen-Live-Event, äh, zusammen tun. Weil ich glaube, gestern wurde die Rakete fertiggestellt. Und das Ganze, denke ich mal, wird irgendetwas mit den Sternen zu tun haben, äh, das Live-Event. Und auf jeden Fall, äh, gibt es dann natürlich noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel die Einschlafhilfe auch aus dem Set. Sieht auch ziemlich cool aus. Also generell, das Set gefällt mir bisher. Ähm, dazu gibt es den Nachtflieger. Sieht auch verdammt cool aus. Ähm, und die traumhafte Lackierung. Leider ist der Effekt gar nicht so extrem. Finde ich, hätte ein bisschen mehr sein können. Ähm, als nächstes haben wir hier, passend zum Oktoberfest nach langer, langer Zeit. Ich weiß gar nicht, ob sie das letzte Mal tatsächlich vor einem Jahr hier drin waren im Shop. Äh, auf jeden Fall haben wir hier den Heidi-Charakter, ehemalt, passend zum Oktoberfest, hinten mit ein paar Laugenstangen drin. Ähm, dann den Ludwig-Charakter, auch klassisch bayerisch und hinten noch die Kuckucksohr. Äh, dann dazu passendes Akkordeon. Und Oktoberfest mal als Gleiter. Sieht verdammt cool aus, das Set. Vor allem für alle Oktoberfest-Liebhaber. Ähm, gerade die, die ehemalt in Bayern wohnen, ist das wahrscheinlich ein ziemlich cooles Set. Dann haben wir tatsächlich wieder den Kuckuck-Skin, passend dazu, dass, äh, demnächst ja dann auch wieder Halloween ist. Und so langsam ehemalt die Halloween-Zeit auch beginnt. War ehemalt auch schon lange nicht mehr im Shop drin. Hat er, äh, zwei Stiler mehr mit und ohne Maske. Ähm, ist ganz nett auf jeden Fall. Wobei ich es jetzt nicht als die besten, ähm, Skins sehen würde. Dann haben wir den Sicherheitsschläger. Und eine neue Musik unserer Bestefreunde. Ähm, so. Genau als von dem Bunkertager. Da unten, wo, äh, was dann, ähm, hier im Teaser-Stream, ähm, in einem Teaser sehen konnte. Beziehungsweise im Intro sozusagen zu Season 10. So, auf jeden Fall, super nice Mucke. Gefällt mir. Kann man sich definitiv kaufen, ne, aber den Jitter-Bug. Emote. Nice Musik, nicer Sound. Gefällt mir auf jeden Fall. Ein einfaches Herz. Weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich ihn mir damals gekauft habe. Keine Ahnung. Äh, sieht eigentlich ganz nett aus, aber finde ich definitiv weit aus nicht den besten Emote. Das war's mit dem Shop-Video. Mal ein kleines bisschen längeres Video. Wegen dem Update eben halt. Äh, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Vielen Dank.